Was geht da wegen Savages? Willkommen zu einer weiteren Good Old Lass uns Reden. Ich freue mich wieder mit euch zu reden. Das erste, worüber ich reden möchte, lass uns gleich, sorry, reindiven. So, die Koh Phangan, ich bin hier in Koh Phangan, Thailand, schon in Thailand. Und welchen haben wir denn heute? Welcher Monat ist das denn? 10. April, schon über vier Monate bin ich hier, einfach crazy. Aber es ist schon crazy, aber ja, es kommt mir halt so übelst kurz vor. So früher war ein Jahr, immer so, kam mir so oft gleich lang vor. So ein Jahr ist halt so lang, schon ziemlich lang. Aber jetzt, so, und ihr kennt das ja, wenn ihr halt in diesem Flow seid, so in diesem Channeling-Mode, dann guckt ihr so auf die Uhr und so, was ist in drei Stunden vergangen? Und es hat sich halt literally angefühlt wie 20 Minuten. Und es ist halt, wie Bashar sagt, so, you literally create less time. Und das erfahre ich hier voll. Die Tage sind hier so kurz, weil ich so präsent im Moment bin, so in meinem Highest-Excitement-Folge. Und dementsprechend kommen mir diese vier Monate vor, wie so vielleicht drei oder zwei, zweieinhalb Wochen oder so. Auf jeden Fall, die Koh Phangan Experience genieße ich halt so richtig, seit ich so alles losgelassen habe, was noch so eine Struktur hatte. und embrace so richtig den Flow-State. Und ich habe so das Gefühl, auch mit den Leuten, mit denen ich hier so quatsche, so die Leute, die daran festhalten an vielen Strukturen, die mögen die Koh Phangan Experience nicht. Und haben mir dann auch so, wie ein Savages erzählt, so meine Freundin, die ist dann auf die andere Insel gefahren oder hier wieder weg oder die Person ist nicht so lange geblieben und dann andere Personen, die dann halt diese Strukturen loslassen. Und was meine ich mit Strukturen? Also bei mir halt so was wie Training, also genau nach meinem Trainingsplan oder auch Ernährung so strukturiert, weil ich habe so viel Plan von Training, ich habe so viel Plan von Ernährung und der Körper ist halt täglich unterschiedlich und wir fühlen uns täglich anders, wir sind keine Maschine und es ist halt so kontraproduktiv oft, du gehst ins Gym und der Plan sagt heute die und die Gewichte, aber du fühlst dich irgendwie einfach nicht so stark und dann pusht du auf der Bank das und irgendwie tut deine linke Schulter dann so ein bisschen weh, aber Hauptsache ich habe hier diese Gewichte bewegt. Nee, 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 ich fühle jeden Tag rein, ich entscheide erst im Gym so, was ich trainiere und fühle dann rein und seit ich so richtig im Einklang mit meinem Körper und das ist so, so, und ich meine, das habe ich davor auch schon gemacht, aber halt nicht so wirklich so dieser komplette Flow wie jetzt und das ist so nice und mein Körper, es fühlt sich alles so, oh, es fühlt sich so gut an und du kannst halt richtig diesen Flow von Copanagan richtig umarmen, weil der gibt dir hier einfach übelst viel Flow, so, dass halt einfach so Sachen hinkommen, so, ey, willst du hier mitkommen oder das oder hast du darauf Lust und dann spontan darauf und dann hier, dies, das und wenn ich dann halt so Strukturen habe, wie jetzt Content-Create-Schedule zum Beispiel, den ich eh eigentlich noch nie hatte, sondern immer nach Excitement, dann so, oh, nee, ich kann hier nicht mit, ich möchte das aufnehmen, ich möchte das, ich möchte das, dann ist der Flow hier so ein bisschen so wie so eine große Ablenkung, weil der die ganze Zeit so reinkickt, aber wenn man den halt mal so umarmt, dann geht sich alles so perfekt aus und am Ende des Tages habe ich alles gemacht, was gemacht werden, quote-unquote, musste, weil ich einfach meinem Excitement gefolgt habe und Synchronicity ist der Organizing Principle, ich möchte auch gleich über Synchronicity reden, weil Synchronicity zu verstehen ist so powerful und wenn du deinem Excitement gefolgt hast, gab es wirklich nichts, was du an diesem Tag noch hätte machen müsstest, sondern Synchronicity kickt dir eh alle Sachen, die dich exciten, eh wieder rein, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, dass es sich genau in einem nice, exciting Flow-State ausgeht. Deswegen, ja, ich will gleich über Synchronicity reden, aber über was ich erst noch reden will, ist, ja, noch kurz zu Training und ich habe so nach wie vor, liebe ich einfach meinen Trainingsplan, den verfolge ich hier so, also den Split, so meine ich, nach eben Brustdrücken, Schulter, Arme, Beine und ich mache die halt so eins nach dem anderen, aber dann, ich fühle immer so rein, so gestern wäre Beintraining und ich so, nee, Beine waren noch irgendwie sore und ich war auch noch so fertig, weil der Tag davor war einfach richtig nice anstrengend, weil es war einfach ein richtig aktiver Tag nach Excitement und ich so, heute fühle ich so richtig einfach Stretching und habe so eine richtig lange Slow-Cardio-Session gemacht, weil ich einfach liebe so auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad, weil ich ja hier nicht Fahrrad fahre und so, dann im Gym, mich da einfach so länger auch zu bewegen, so über eine Stunde und einfach richtigen Insta-Hustle zu machen, so das ist für mich immer so ein Symbiotic-Match, einfach Insta-Hustle machen, sprich einfach Storys posten, 300 DMs beantworten, Story-Q&A raushauen und auch so Bashar-Journaling, so öfter höre ich dann so Sachen an aus dem Talk, die ich dann so rausschreibe und dann für mich so deute und so oder so Content kreiere und halt so auf dem Handy kann man so viel machen und ich liebe es dann immer so in Slow-Cardio und Deutsch-Rap oder Ceremony, mittlerweile viel mehr Ceremony-Musik, sage ich immer so, Ceremony-Musik und Deutsch-Rap sind so die zwei Genre, die ich so am meisten höre, aber mittlerweile ist es echt so viel Ceremony-Musik und damit meine ich halt auch so 4 zum Beispiel, oh, hört euch bitte, bitte unbedingt das Album von 4 an, ich bin so drauf hängen geblieben, Made of Stars, das ist einfach so Bashar-Teaching, aber was ist schon Bashar-Teaching, das ist einfach, sie hat es einfach gecheckt so, das ist es einfach, 4, Made of Stars, das Album, chronologische Reihenfolge, bam, und genau, und dann gestern habe ich einfach so einen nicen Cardio-Stretching-Day gemacht und heute bin ich, denke ich, richtig excited, meine Beine zu zermetzeln, aber dann halt auch so, wie es mich excited so, ich will heute irgendwie später noch wandern oder so, dann zerficke ich nicht so mein zentrales Nervensystem und mache alles so an, mache hauptsächlich an den Maschinen, dann ist einfach mein zentrales Nervensystem viel weniger belastet oder oh, ich möchte heute mal richtig mit Grundübungen oder auch nur so 3 Grundübungen und die so richtig so eine, und so eine Squat-Pyramide zum Beispiel, wir machen hier Pyramiden so Spaß, dass ich dann so anfange zu squatten, 10 Raps, 8 Raps, 6 Raps, 5 Raps, 4 Raps, 3 Raps und dann noch so ein Back-Offset und halt so, ich, nach wie vor dieser Split ist mein Highest Excitement, aber wann ich die Tage habe, so wann sie sich am besten anfühlen und wie ich trainiere, wie es sich am besten anfühlt, so Rap-Range und Übungen und so und dann, und Training macht so Bock, so ich heute so arme Schultern, so, was gibt es eigentlich für geile Arm- und Schulterübungen und all the steamer trying, oh nice so, weil ich, ich kann trainieren, ich, ich kann die meisten Übungen und, und weiß einfach so, was für meinen Körper am besten ist, wenn ich einfach so reintune und dann einfach so im Einklang mit meinem Körper und genauso jetzt der Switch zur Ernährung, das war richtig nice, weil ich habe eben so für einen guten Monat hier eben getrackt und einfach so die gleichen Meals gegessen, einfach so, habt ihr die Meal-Prep-Videos gesehen, so ey, I get rid of my fat face, so habe ich es halt genannt, ziemlich, ziemlich gemein klingt es, aber es war ja ein Roaster mich selber, weil ich halt so am meisten Fett im Gesicht anlage und wir nehmen ja überall Fett zu in unserem Körper, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt unseren Körperfett erhöhen, aber wir haben halt so Proportionen, wo jeder anders mehr Fett zunimmt, so bei mir ist es halt hauptsächlich, so am meisten im Gesicht und auch an der Brust, an der Hüfte zum Beispiel so gut wie gar nicht und dann habe ich halt übels gegaint an Muscle, aber halt auch an Körperfett und dann habe ich mein Gesicht nicht mehr so enjoyed und ihr wisst, unconditional love, nicht so, oh, ich gehe nicht mehr raus, ich mache keinen Social Media Content, scheißegal, ich akzeptiere mich und liebe mich ohne Kondition, aber ich, ich, so, change is the only constant und ich, 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 ich mache Veränderungen mit Excitement, geht in, dass es, dass es in Alignment ist, dass ich mich so verändere, wie es mich excitet so, so ich die Sachen manifestiere, in die Realität shifte, die mich excitet und das ist ja Veränderung und, und da war ich auch so, okay, ich bin excited so, ein bisschen Körperfett zu verlieren und dann war hier halt so, ey, ich will einfach nicht damit jetzt viel Headspace verbrauchen, deswegen hier, diese Meals, da bin ich einfach so, wow, die schmecken richtig geil, die machen mich voll satt, da bin ich aber in einem guten Defizit, so, habe es einen Monat gemacht und habe so, zwei Prozent Körperfett locker getroppt, so, ihr seht es, mein Face ist viel slimmer, könnt ihr mal die alten Vlogs angucken, mein Gesicht ist eh immer ein bisschen breiter, ich lieb's, aber halt nicht zu krass, deswegen jetzt, so, jetzt finde ich es richtig nice und, und jetzt ernähre ich mich halt richtig intuitiv, ich nenne es Soul Eating, dass ich halt wirklich immer reintune, was crave ich und, und der Ferdi, den ihr kennt, der isst die weirden Meals, das bin ich, weil, so, ah, einfach Whole Foods, High Carb, Low Fat, so, das bin ich, Mann, und einfach, weird, einfach, so, am Morgen eigentlich immer, Watermelon mit Essig und Datteln, so, Wassermelone, das, so diese, diese frische Süße, so, das gibt mir einfach den geilen Kickstart, das hydratet mich, das macht mich richtig wach, so, und, ähm, und dann, äh, ins, ins, ins Gym meistens am Morgen, und dann, danach so richtig viel Fruits, einfach alles, so einen fetten Fruitsalat, ich lasse mir die meisten an dem einen Fruit, dann nochmal schneiden, die Früchte, trinkt da oft noch einen Juice, und dann mit, äh, mit, mit, rohem Gemüse, Darky Leaf Veggies, meistens Brokkoli oder Rokula, einfach so geil, wirklich, die, wie ich das einfach so, crave, diesen, rohen Rokula und diesem Brokkoli mit Obst zusammen, und Essig einfach so geil, dann einfach so ein fettes Miel, meistens so meine Lieblings, Getreidesorten, weil sie auch so easy sind, sind einfach Haferflocken, gefrorener Mais, und Reis, und dann einfach, ich stehe gerade so auf Pilze, einfach hier im Supermarkt gibt es so viele Pilze, und die schmecken so lecker, und dann mache ich mir immer so eine Pfanne, mit eben, äh, stärkehaltigen Gemüse, so Süßkartoffeln, Kürbis, Karotte, die Pilze, dann voll viel Ingwer, und Kurkuma, ähm, so ein, zwei, Esslöffel, geschrotete Leinsamen, dann eine geile Soße, und dann entweder gehe ich so in die Süße, oder in die, äh, herzhafte Richtung, oder einfach beides, und dann immer noch so, so rohen Rokula oder so rein, das ist einfach, oh, das schmeckt so geil, und dann noch gefrorene Beeren, oh, das ist einfach so geil, so mein, ich nenne es so mein, mein Pilz Porridge, das schmeckt so geil, und dann einfach so, so am Abend so, was, so gestern so, oh, voll Bock noch auf, auf, ähm, gefrorenen Brokkoli, und dann einfach noch so eine Pfanne gemacht, mit gefrorenen Chitake-Pilzen, gefrorenen Brokkoli, ähm, mit so dies, das, einer geilen Soße, es war einfach so, oh, und ich fühle mich so gut, und, und, so, einfach so, sich so ein gutes Grundverständnis für Ernährung, so, lest, how not to diet, lest, how not to die, lest, mein Nutrition Guide, und checkt so, okay, darum eine ausgewogene pflanzliche Ernährung, das sind die kritischen Nährstoffe, so decke ich sie spielend, und dann tune rein in deinen Körper, und wenn du halt dich nicht von krassen Geschmacks-Shit verarschen lässt, wo einfach deine Geschmacksknospen so, äh, sondern einfach so der Natural-Shit, einfach Whole Foods, weil die sagen dir so, ja man, Karotten schmecken gerade übelst geil, okay, Karotten gerade nicht so geil, weil dein Beta-Carotin through the roof, alter, rote Beete, oh, so viel rote Beete, und dann, und dann, ähm, sagt dir dein Körper oft immer so, voll eben diese, dieses Alignment, was, welche, was du brauchst, aber da eben keine naturalistischen Fehlschlüsse so einbauen, so, dieses so, dieses Restriktive halt dann, das fickt euch immer, das fickt euch so hart, dass ihr dann sagt, also dass ihr dann halt denkt so, irgendwie, und das dann auch so glaubt, irgendwie gekochtes Essen ist schlecht, oder, diese Lebensmittelgruppe wie, wie Nüsse, oder wie Hülsenfrüchte, oder, Schatten, Gemüse ist irgendwie schlecht, und, nur noch, das ist gut, und dann, dann ist es halt, auf Dauer viel zu einseitig, und, dann, ja, deckt ihr einfach nicht alle essentiellen Nährstoffe, und dann entsteht ein Mangel, und dann, 3, 2, 1, so Ex-Vegan-Gefühl, deswegen, einfach in Abundance, und auch eben keine Angst haben, vor, vorwiegend Chunkfood, vor, vor verarbeiteten Lebensmitteln, so, die kann man so gut, in, 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 einbauen, und viele verarbeiteten Produkte sind auch übelst gesund, so, es kommt immer mega drauf an, und da, deswegen halt dieses Gefühl dafür bekommen, wie, wie mein kleiner Bro, Fritz, sich einfach so, damit beschäftigt hat, und weiß einfach so, okay, das ist so verarbeitet, aber das ist ziemlich gesund, das ist verarbeitet, und voller Chunk, also, ist es dann in der Kategorie einfach Gönnung, aber das deckt jetzt nicht hier meine Nährstoffe, und ist auch keine Mahlzeit, sondern es ist hier einfach eine Gönnung, ich will das probieren, so, und hier diese verarbeitete Fleischvariante, okay, die ist hier vielleicht ein bisschen hoch, in Sodium, aber, ey, besteht eigentlich nur aus Gemüse und Hülsenfrüchten, also, passt voll in eine vollwertige Mahlzeit rein, und da decke ich hier meine Hülsenfrüchte, und damit meine Mineralstoffe, und hat auch gut Protein, und so, und dieses Verständnis, ja, bekommt man so, so schnell, indem man sich einfach so, Nico Rittenau, mein Bro, schaut, und züchtelt einfach mal alle seine Videos, liest seine Bücher, und so, und da muss man auch nicht alle lesen, einfach mal so drei Bücher, von so drei Autoren, so Craig, Niko Rittenau, und vielleicht Dr. Neil Barnard, oder Dr. McDougal, oder so, und dann, let's go, und ja, halt einfach so hier, dieses, und halt auch so, wie viel das früher so in meinem Kopf war, so, Training, hier, morgen, Ernährung, hier, morgen, und jetzt einfach Flow, und ich hab so viel Headspace, ich bin wirklich wie ein kleines Kind, weil, Kinder, was denken die denn so alles, so, und es erlaubt mir so präsent sein, hier, und jetzt anzukommen, mit den geilen Souls um mich rum, so zu flowen, die Me-Time so zu genießen, einfach, Wasserfarben rauszuholen, und wir malen einfach, und ich schreib geile Rap-Songs, und ich kreiere geilen Social-Content, und ich hab so geile Ideen, und ich manifestiere, und ich kreiere, und ich freestyle jeden Tag mehr als je zuvor, und einfach so dieses, so mal stehen zu bleiben, und den Moment zu genießen, so dieses, so dieses richtig, richtig angekommen, so ist es so geil, einfach so, ich bin die ganze Zeit so, Alter, ich lebe das, was sich alle Leute wünschen, wo alle Songs so sind, so das ist es so, so das ist es, und das lebe ich hier gerade, einfach eine geile Crib im Paradies, so geile Soulmates um mich rum, gerade frisch verliebt, so einfach so diese Vibes alles, es ist so nice, einfach hier mit Vanya gerade, es ist so schön alles, und das aber halt auch wirklich zu genießen, so dieses so, so oft ist man so, denkt so zurück, oh, da, das war so die schönste Zeit, aber dann denkt man so zurück an die Zeit, da war man gar nicht so im Kopf angekommen, sondern so, oh, ich will schon viel weiter sein, und so, ja, man will viel Geld, und wenn man Geld hat, will man mehr, und dann immer mehr, und wir wollen immer mehr, und mehr, und mehr, anstatt so zu sehen, so, ey, ich habe ja schon alles so, und worum geht es, so Gesundheit, so meine Glaubenssätze on point, eine geile Realität erfahren, und eben keine Wallerkrisen im Kopf, keine Wenn-Dann-Funktion, wenn ich das noch habe, dann bin ich glücklich, wenn ich noch mehr Muskeln habe, noch weniger Pickel, dann, nee, einfach hier jetzt genauso richtig, ich habe alles, um glücklich zu sein, und bin einfach Fuli, ich, Ferdi, und bin einfach mein Kind, und flowe und spiele, und habe Spaß, vorgestern einfach so den ganzen Tag, mit Vanja und Claire, haben wir einfach so, Alien Studies gemacht, so geshared, wir haben Stunden, mit Wasserfarben gemalt, wir haben uns angemalt, ich habe so einen neißen Film geguckt, wir waren am Meer, ich war so lange im Meer, und habe einfach so gefloat, einfach so, ich liebe so im Meer zu liegen, die Ohren unter Wasser, dann hört man nichts mehr von außen, sondern nur so eben, die Natur, einfach das Meer, und dann einfach in die Sphäre zu gucken, und bei dem Sonnenuntergang, das ist so krass, und dann, ihr wisst ja vielleicht, die Aliens kommen mich täglich besuchen, jede Nacht einfach, und dann diese Sachen einfach aufzuschreiben, und zu deuten, und eben diese Alien Connections weiter auszubauen, so, das ist so crazy, jede Nacht, wenn ich aufs Klo gehe, habe ich einfach so DMT Trips, das ist aber halt alles nüchtern so, so einfach weil, ja, I reached a certain level of consciousness, und gar nicht so, oh, das ist irgendwie besser, oder so, nee, Mann, das ist mein Path, so, das ist mein Theme, mein Live Theme, das sind meine Excitements, und den gehe ich nach, und wenn nicht der Alien Shit und alles so gar nicht excited, dann ist es nicht dein Theme, so stay true to yourself, so sei du, sei nicht ich, aber mein Excitement ist einfach voll dieser Alien Shit, und deswegen gehe ich den schon seit so vielen Jahren nach, so, ich höre Barschase schon seit acht Jahren, ich habe darüber früher halt nie so viel geredet, weil ich halt Angst hatte, so verurteilt zu werden, ausgeschlossen zu werden, oh, der ist ja verrückt, der glaubt an Aliens, der kommuniziert mit Aliens, so, so, und jetzt ist mir einfach scheißegal, ob mich irgendjemand ausschließt oder so, unsere Gesellschaft ist eh so profoundly sick, aber wir shiften in so eine schöne Richtung, so, so schön, ey, Leute, wirklich, öffnet mal eure Augen, so, guckt nicht auf, was macht hier die Regierung, was macht hier, ähm, große Konzerne, und das machen, da passieren auch so schöne Dinge, aber schaut doch mal die Individuen an, und das sind ja wir, die Regierung, wer ist das denn, das sind wir, das sind alles wir, der Individuum, und, und die Leute sind alle so fucking, am aufwachen, und checken es so, der eine viel mehr, der andere weniger, und wieder gar nicht, sogar kein Value Judgment, gar nicht, aber öffnet mal die Augen, wie krass, ey, ich sag euch, darauf erst mal einen Schluck, ich sag euch, in den nächsten Jahren, ihr werdet diese Welt nicht wiedererkennen, ihr denkt so, ja, dann wird man da so älter, und dann setzt man sich da zur Ruhe, und so, wie man das halt, Leben das so bisher kannte, so, ne Leute, es wird so krassen Change geben, es wird so, ein kollektives Aufwachen geben, Bright Green Future, wie auch immer du es nennen willst, und einfach Teil davon zu sein, ist so schön, es wird so viel Veränderung kommen, sobald wir auch wissen, so, außerirdisches Leben existiert, es gibt viel Intelligenteres als wir, und die können uns einfach krass helfen, und wir damit so, und wir sie halt so, we gotta meet them halfway, so, die machen es nicht vor, für uns, weil sonst wäre das halt wieder, deswegen sind sie auch noch nicht hier so, wie Bashar immer sagt, sonst wäre das ja so, sonst würden wir die so anbeten, oh ja, wir müssen ja an euch glauben, weil wir sehen euch ja jetzt, wir entscheiden uns, wir haben nicht so diesen freien Willen, uns zu entscheiden, sondern wir sehen euch ja jetzt, und wir worshipen euch so, weil ihr seid ja viel krasser, und das ist dann vielleicht auf Angst basiert, oder so, ne, 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 we gotta do it ourselves, dass ich hier so, mit meinem Alien-Talk labere, und du, die freie Entscheidung hast, höre ich dem Pferde hier zu, und klaue ihm das so, und höre auch selber mal Bashar und so, oder, ja, der mit seinem Alien-Talk, der Verrückte, lass mich, das ist ja so geil, dass wir die, die Choice haben, und ich hab halt die Choice schon lange so gemacht, so, ja, ich will dem nachgehen, weil das mein Excitement ist, und, und krieg halt da immer mehr Nuggets, immer mehr so Brotkrümel, denen ich so nachgehe, und so, damals so dann, meine, meine Psychedelic-Trips, so, hört euch mal das DMT-Podcast von mir an, so, das sind doch keine DMT-Trips mehr, hier, wenn ich hier in anderen Dimensionen, mit Aliens chill, die mich wirklich auch so anfassen, und mir so krasse Downloads geben, und jetzt mittlerweile jede Nacht, jede Nacht wache ich auf, jede Nacht wache ich auf, jede Nacht bin ich lucid, jede Nacht bin ich in anderen Welten, und kommuniziere mit anderen Wesen, und das ist für mich halt schon so ganz normal, und, und ich merke ja so, auf Social, das kommt halt noch nicht so gut an, weil, also was heißt, es kommt noch nicht so gut an, aber, ich weiß halt, der Ist-Zustand der Welt, die ist einfach noch nicht in dem Sinne so weit, und, da liebe ich es einfach, meinen Teil dazu beizutragen, für dieses kollektive Aufwachen, aber da behalte ich halt auch viele Sachen für mich, weil ich die halt auch erstmal selber so deuten möchte, und so, aber, bleib dran, bleib dran, es ist einfach, es ist so eine spannende Zeit, aber klar, es ist so exciting, weil wir haben uns ja auch diese Zeit ausgesucht, um hier zu reinkarnieren, so deine Higher Mind, bestimmt eben, welches Zeitalter, welche Familie, welche Umstände, so dein Theme, dein Lebenstheme, was du erfahren möchtest, das ist wie der Korridor, und da sind auch bestimmte Umstände, wie so mein Schicksalsschlag, und diesen, diesen Flur, diesen Korridor, den musst du langlaufen, und den willst du auch langlaufen, weil dein Higher Mind, das bist ja du, das ist einfach ein Aspekt von, das ist einfach dein Consciousness, aber du siehst halt nur deine, deine Sichtweise, deine Perspektive, und hast das andere bewusst ausgeblendet, um diese menschliche Erfahrung, so zu erfahren, sonst wäre sie gar nicht möglich, mit diesen eingebauten Limitationen, von Raum und Zeit, und Schwerkraft, und, ähm, einfach so viel Limitationen, auf so die physikalischen Gesetze, und so, das sind alles einfach, krasse Limitationen, aber nur so ist die menschliche Erfahrung möglich, und nur so ist sie so geil, weil, nur so, wenn wir vergessen, können wir uns neu erinnern, auf eine neue Weise, und that's what it's all about, so, die, die, die Struktur von Existenz, wird sich niemals ändern, so, das einzige, was sich verändert, ist Erfahrung, und da, Erfahrungen hinzuzufügen, from a new point of view, so to discovery, and, all right, und diesen Flur, so, den müssen wir langlaufen, aber wie wir ihn halt langlaufen, das ist dein freier Wille, guckst du in eine Tür, guckst du in alle, läufst du vorwärts, rückwärts, so, das ist dein freier Wille, so, mach ich jetzt den Podcast, geh ich jetzt ins Gym, so, hab ich jetzt Sex, oder, haben wir nochmal Sex, oder, geh ich jetzt, keine Ahnung, fliege ich jetzt nach Deutschland, oder, so, das ist alles mein freier Wille, und das ist so geil, weil das ist die unique, Fährdie-Erfahrung, oh, Hare Krishna, ich denke, so, okay, Bro, der ist hier so crazy, ja man, was ist schon crazy, so, du wirst einfach hier, hingeboren, so in diese Welt, und nach 80, Jahren oder so, dann, dann stirbst du so, und dann, wächst du so in diese, in diese, in diese Welt hier auf, und, und normal ist dann halt so, was du beigebracht bekommst, aber zoom dich mal raus, zoom dich mal raus, zoom dich mal richtig in Spaceship, und schau mal so, ah, okay, diese Kultur macht das so, aber die andere Kultur macht das ja ganz anders, so, was, welche normal ist jetzt das, das Bessere, so, und, so, wie, wie wir den Planeten ernähren, so, wie fucked up das alles ist, aber es ist ja normal, weil ich gehe normal hier in den Supermarkt, und kaufe hier die normale Milch, so, das ist ja alles normal, so, ist ja alles gut, so, es ist ja hier, schau, das ist ja hier erlaubt, so, man darf das ja machen, also, es ist ja okay, also, und du machst das anders, und du bist crazy, so, du bist ja einfach glücklich, so richtig so, und hast auch rausgefunden, wie, weil deine Glaubenssätze, so, was ich glaube, das erfahre ich, und du hast einfach die Glaubenssätze so geändert, dass du wirklich das glaubst, was dir richtig dient, und dementsprechend erfährst du so eine geile Realität, und shiftest in eine immer geilere Realität, fick dich, Ferdi, ich will auch, deswegen sage ich einfach, du bist dumm und verrückt, und das sind immer diese drei Stages, erst mal wirst du so richtig ausgelacht und verspottet, dann wirst du so übelst gefrontet, und dann so, ey, ich will auch, und dann so, hilf mir, und so, danke, dass ich jetzt zugelassen habe, mir selber geholfen habe, weil es ist ja alles in mir, ich habe einfach mal ohne Judgment zugehört, so, und einfach so an mir gearbeitet, und gesehen, wow, ich habe diesen Glaubenssatz so ein bisschen geändert, dann kann ich den ja auch total ändern, und wow, 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 hört euch unbedingt das letzte Podcast an, da bleiben wir so richtig in Glaubenssätze, die letzten generell, all right, ach so, ich wollte eigentlich über Synchronicity reden, seid ihr ready? und zwar, da mache ich bald ein Posted, wie geht ihr ins Mind darüber, über die ganzen Formen von Abundance, weil viele denken halt, Abundance ist nur Geld, nee man, so, ich sehe meine Batterie hier von meinem Aufnahmegerät hat nur noch ein Strich, deswegen, Cliffhanger, aber ich habe so Bock, deswegen, wir reden morgen, oder halt sehr bald weiter, aber ich denke, ich werde morgen das nächste, lasst uns reden, aufnehmen, und dann Cliffhanger, hört es euch unbedingt an, weil da will ich halt über Synchronicity reden, das mal erklären, und eben über Abundance, das ist halt, so, kurzer Spoiler, aber ich will euch halt nie was vorenthalten, so, ich gebe euch immer alles, und so, Geld ist halt eine Form von Abundance, aber von vielen, und Synchronicity ist auch eine Form von Abundance, so wie Geschenke, so wie Möglichkeiten, Connections und so weiter, und die Abundance, die ich hier an Synchronicity erfahre, die jeder erfahren kann, und wie man das eben viel mehr erfährt, das in der nächsten Episode, und einfach, ja, ihr habt schon so viel Synchronicity, und ihr seht es wahrscheinlich gar nicht dafür an oft, aber wenn ihr das noch dafür anseht, dann verstärkt ihr die Synchronicity einfach noch viel mehr, und die Synchronicity, die ich mittlerweile in meinem Leben erfahre, ist einfach verrückt, dass ich einfach immer so lache, so als einfach ridiculous, und du Synchronicity, du kannst es nennen, wie du willst, du kannst es auch sagen so, hm, das sind aber sehr viele Zufälle, so viele Zufälle, ist das dann noch Zufall, oder ist das Synchronicity, und Synchronicity is the organizing principle, it's built into the structure of existence, und Synchronicity ist immer da, aber wir erfahren halt Space-Time, wir erfahren halt die Illusion von Raum und Zeit, und dementsprechend muss Synchronicity eins nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen, und alles ist immer Synchronicity, und wenn du es dafür ansiehst, und es gibt halt positive und negative Synchronicity, und hier auch wieder gar kein Value-Judgment, sondern halt so, it matches the frequency you're in, und deswegen, darüber reden wir in der nächsten Episode, danke für sein, ach so, und noch, ihr wisst eh, oh, bei Rocker so geiler Shit kam raus, was kam Neues raus? Ah ja, genau, ich weiß nicht, ob es noch was gibt, aber die Easter Limiteds, so nice Geschmäcker, wirklich irgendwie Kinder-Schoko-Ei und Bueno, als No Way und als McTastic, und es ist wirklich vom Eishersteller, deren Rezeptur, dass es so schmeckt, überkrass, also überkrass, Julian hat einfach übelst davon geschwärmt, und meine anderen Bros, ich hab's noch nicht probiert, ich bin ja hier in Thailand, aber das, was ich gehört hab, und das ist halt die neue Formel vom No Way, also die wie Popcorn Caramel, das ist halt eine neue Rezeptur, die so geil ist, die nochmal, die einfach, das hab ich ja schon probiert, Caramel Popcorn, einfach, ja, einfach köstlich, deswegen, checkt's ab, benutzt den Code FAIRDI und spart 10% und supportet eurem Boy, wenn's euch excited, und bei Koro, das ganze Sortiment 10% mit V-Gains, nee, sorry, V-Gains 5, da gibt's nur 5%, aber immerhin, okay, das ist, das war's, danke für den Support, wirklich, bedeutet mir viel, bis zum nächsten Mal, ich bin erstmal out.